Und wir sind Ihnen noch eine Partie schuldig, nämlich Rapid gegen Herold Admirer. Für Rapid ging es ja in dieser Partie noch um Rang 3. Admirer ist mit einem neuen Trainer aufgekreuzt. Seit vergangenen Dienstag ist Bernd Kraus der Nachfolger des frühzeitig entlassenen Rashid Rachimov. Bernd Kraus, der Ex-Rapid, ist also in seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Dort, wo er zum Beispiel unter anderem 1982 mit Beppe Hickersberger, mit dem Rapid-Trainer, Meister geworden ist. Herr Kraus hat auch 22 Mal in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt, bestritt 1982 alle WM-Spiele Österreichs. Und zuletzt war er eben Trainer von Aris Saloniki. Dort ein Spieler, Gilbert Brilasnik, der Ex-Sturmspieler. Die Hauptrolle in unserem Leben ist Rapid. Schön, wenn man weiß, was man im Leben will, wohin man will und was man will. Admirer ist das schwächste Frühjahrsteam, aber zugleich auch so etwas wie ein Angstgegner von Rapid. Zuletzt sind zweimal die Niederösterreicher. Hier die erste Chance für Herod Admirer durch Linz. Ladimeyer verletzt sich da Mitte der ersten Hälfte, kann nicht weiterspielen, muss ausgewechselt werden. An seiner Stelle kommt der Torhüter von den Amateuren Michael Harrauer ins Spiel unter dem Applaus der Rapid-Anhänger. Ja, Admirer ist zwar der Angstgegner, hat aber auswärts in neun Spielen nur zwei Punkte erreicht. Das ist der erste gefährliche Angriff. Und der führt zur Führung von Herod Admirer in der 40. Minute das 1 zu 0 aus Sicht von Admirer. Ivan leistet die Vorarbeit, ein Stangepass und Linz spitzelt ihn ins lange Eck vorbei. An dem jungen Michael Harrauer und die Niederösterreicher führen mit 1 zu 0. Rapid kommt kaum zu Chancen, das ist noch eine der besseren Möglichkeiten in der ersten Hälfte. Aber da kommt Roman Wallner nicht mehr zum Kopfball. Zumindest nicht mehr so, dass er den Ball noch kontrolliert spielen hätte können. Aber gut aufgelegt zur Pause scheint der Teamchef Hans Krankel immer zum Scherzen bereit. Und nach dem Seitenwechsel sind die Zuschauer im Hanabi-Stadion aber keine wesentliche Änderung auf dem Spielfeld. Die Niederösterreicher etwas aggressiver. Und 2 zu 0 durch Moll. Junger Spieler, ein Ungar von Ferenc Varos gekommen, ist seit einem Jahr im Leistungszentrum Vorarbeit von Linz. Und Moll bringt die Niederösterreicher mit 2 zu 0 für Moll. Spiel aber eher gesamt gesehen auf bescheidenem Niveau. Man kann es der Mille von Peppe Hickersperger entnehmen. Grund zur Freude hat er aus seiner Sicht jedenfalls nicht. Nicht. Wallner. Und eine Einzelaktion, die er mit einem guten Schuss abschließt. Aber man hat das Gefühl, dass bei Rapid die Luft heraußen ist. Lett von. Ivan. Ortner, keine Abseitsstellung, Ortner löst sich und Tor. 3 zu 0 in der 64. Minute. Der Einstand, der passt für Bernd Kraus. Ivan, keine Abseitsstellung, die wurde in der Mitte aufgehoben. Und der satte Schuss zum dritten Tor der Niederösterreicher. Und eine weitere Möglichkeit für Linz. Also Sie sehen es an diesem Zusammenschnitt. Die Chancen, die hat Herold Admirer. Rapid spielt mit zu wenig Engagement, mit zu wenig Biss. Und der Anschlusstreffer dann in der 79. Minute durch Burgstaller. Nach dieser Standardsituation, nach dem Eckball von Wallner. Aber alles in allem eine eher mäßige Leistung von Rapid. Der Sieg, die durchaus im Ordnung 3 zu 1 gewinnt, hat Mirai im Hangar bestanden. Dennoch Dank von Pepe Ickesberger an die Spieler und Applaus für die Fans. Es ist natürlich immer schön, wenn man gewinnt. Ist ja ganz klar. Aber in erster Linie war es für mich heute wichtig zu sehen, wie die Mannschaft reagiert auf den Trainerwechsel. Wie sie alles annimmt. Und das hat sie bisher, oder das hat sie heute hervorragend umgesetzt. Und da muss man nicht mehr gratulieren, da muss man der Mannschaft gratulieren. Josef Ickesberger, man weiß um die lange Verletztenliste bei Rapid. Ist das die einzige Erklärung für die heutige Niederlage? Oder gibt es da noch eine andere? Es gibt viele Erklärungen. Wir haben einige wichtige Spieler vermisst. Wir können Schlüsselspieler nicht ersetzen. Das ist sehr wohl richtig. Aber das hindert niemand daran, sich im letzten Heimspiel von der besten Seite zu zeigen.